Ja, Fußball in UK hatte ja mal irgendwie was und wir waren jetzt gerade bei den Queens Park Rangers und ich wollte euch mal abgesehen davon, dass diese Grounds so häufig in so krassen Wohnbezirken liegen, dass du quasi hier, so wie bei der auf der anderen Straße sein, also hinter dem Zaun, bei den Leuten in den Garten rein guckst, das ist einfach sensationell. Aber es wird ja viel über Kommerz in den ganzen Stadien geredet und welche Investoren wem was wie wo gehörst und so, das ist auch alles relativ schlimm, aber geil finde ich, dann in so einem Brown, schickt euch mal, gönnt euch mal bitte dieses absolut geile, absolut geile Schilch, das ist halt, würde ich völlig ohne Übertreibung sagen, mindestens 35 Jahre alt. Ich meine, gerade mal diese Videokamera hier an, die darf ich nicht mit den Schalter reinnehmen, ich würde sagen, die gab es, als ich Kind war, gab es die schon nicht mehr, da hatte ich schon mal sehr gut gehört. Das abgesehen von auch so Sachen wie, dass es tatsächlich verboten ist, Werkzeuge mit uns erschallend sehen, zeigt einfach, wie geil und original das hier irgendwie ist. Also, hat mir echt gut gefallen, das Spiel Queen's Park Rangers gegen Rotherham United, nicht zu verwechseln mit Rotterdam, sondern Rotherham, ehrlicherweise, sorry, aber Bildungslücke noch nie vorher gehört, aber auf jeden Fall echt eine geile Sache. Kann man echt, kann man echt immer ab und zu machen, irgendwie hat das was, dazu, ne, wieder auch hier so der Blick, man geht halt direkt raus und ist mitten in so einem, mitten in so einem Wohnbezirk, ne, die Leute verkaufen irgendwelche sinnlosen Spieltagsprogramme, die allerdings, ja, es gibt einen richtig grausen, fetten Sammlermarkt, aber, ja, 3,50 Pfund, das sind schon, das sind über 4 Euro, weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche, ich brauche es nicht, habe mich entschieden, aber war auf jeden Fall nett, ähm, ja, gute Sache hier auch in der South Africa Road.